Hi Freunde und herzlich willkommen, hier war Archie Gaming, Flo mit dem Start, heute mit dem neuen EAFC-Content. Es ist Samstag, es ist kurz zu 90 Uhr und ein Wunder ist geschehen, denn wir haben heute vier Ausrufezeichen, vier neue Evolutions. Wie ihr sehen könnt, auch zwei neue SPCs, Gyrassys als MCC da und wir haben SISOKO, die beiden neuen SPCs. Dazu passend zu den Grundlagengeschichten natürlich auch was in den Objectives, aber vier Ausrufezeichen Evolutions. Es wird also ein interessantes Video, ich bin sehr gespannt, was die hergeben und damit let's go und abfahrt. Ja Freunde und wenn ihr das Ganze frei habt, dass ich Take für euch am Start bin, nehmen wir euch kurz eine Sekunde Zeit. Lasst einen Daumen nach oben da, es geht immer ordentlich, 222 Likes, wir haben heute wieder das Likes hier raus, lasst geld kostenlos, ein Abo da. Auf dem Weg kriegt ihr 60.000 Abonnenten und natürlich nicht vergessen eure Meinung zu den Evolutions, zu den neuen SPC-Content. Gerne reinschreiben, runter in die Kommentare Freunde. Erstmal vorweg zu dem Video von gestern, was war denn da bitte los? Gestern, Freitag, XXL-Video und wir haben tatsächlich eine saftige Icon gezogen. Ich habe euch Mittag auch einen Short hochgeladen, es ist absoluter Wahnsinn gewesen Freunde und die Icon ist da natürlich nicht genug gewesen. Wir haben auch einen Trailblazer gezogen, wir haben direkt danach Messi gezogen, wir haben dann auch noch Salah gezogen. Es war gestern absolute Eskalation. Erstmal Dankeschön für eure ganzen Glückwünsche und ja, für diese Road to Glory ist es natürlich ein Traum gewesen. Ja, für diese Road to Glory ein absoluter Traum. Falls ihr das Video nicht gesehen habt und gerade keine Ahnung habt, wovon ich rede Freunde, ich verlinke euch das ganze Ding mal hier oben nochmal, aber auch nachher gerne in die Endcard. Jetzt aber erstmal der Samstag-Content und erstmal wie gesagt, Dankeschön für eure ganzen Glückwünsche. Ich habe alle Kommentare durchgelesen, war sehr, sehr nice zu lesen. So Freunde, damit gehen wir rein in Sisoko, in Gyrasi, aber ich muss ehrlich sagen, ich bin gerade überrascht. Es ist jetzt kurz oder kurz nur und es kommen vier neue Evolutions, es kommen vier neue Evolutions. Ich weiß gar nicht, sollen wir damit anfangen, sollen wir erstmal mit dem SBC-Content, ich bin überfordert. Ich habe nie im Leben mit vier, mit vier Ausrufezeichen Evolutions gerechnet, das ist absoluter Wahnsinn. Naja, wir fangen erstmal mit dem SBC-Content an. Da haben wir Musa Sisoko als Team-Mod-Lagin SBC da. Wir kennen das Ganze, das ist ein Monat hier komplett am Stissel, ja, und Sisoko, ja, wir können es kurz machen, ist günstig. 82er-Grader-Squad, noch ein 82er-Grader-Squad und ein 83er-Grader-Squad, also das ist absolut günstig. Einfach machen, wir können sagen, der Nostalgiespieler schlechthin, er ist wieder zurück. Das ist schon mal erstmal eine richtig geile Auswahl, dass sie hier Sisoko nehmen für die EFL. Und ja, Sisoko natürlich all-rounded, wie wir ihn kennen, wir gucken jetzt mal gerade an. Er hat drei Ställe, drei Ställe, das war nur, 1,7, 80 Körpergröße, ZM, ZDM und ZOM kann er spielen. Watford, EFL, Frankreich, Link. Und dann guckt ihr es uns an, er ist und bleibt weiter extrem ausgeglichen und den dann in eine Evolution zum Beispiel packen. T-Rot-Lagen Evolution, warum nicht, ja? Weiter Pass, dann haben wir Abfang, dann haben wir Block dabei, dann haben wir Grätsche dabei, wir haben Technik dabei. Sechs Playstyles mit unerbittlich, also auch hier Playstyles sehr, sehr nice. Und dann haben wir Box-to-Box bei ZM und Absicherung als Rolle plus. Ein paar Rollen hat er dazu gewesen, ich finde es generell nice. Erstmal die Top-SBC-Auswahl, dass wir hier zu Sisoko nehmen, Musa Sisoko als SBC Nummer 1. Schon mal fettes GG, Arnie, ey, ich finde es nice, lasst mich in eure Meinung wissen. Dann haben wir ihn endlich am Start, den Sabitzer Link. Wir haben ein paar Wochen, wo Sabitzer rauskam, drüber gequatscht. Ah, wir brauchen den Sabitzer Link im Endeffekt, um ihn zu linken. Und wie haben wir jetzt quasi eine weitere Gürassie nach seinem Team of the Week als Special Card. Und zwar, Achtung, als Moments-Karte. Ihr hört richtig, denn diese Moments-Karte bekommt er für seinen herrlichen Lüpfer gegen Darmstadt. Und seine Gesamtleistung in der Bundesliga-Saison 23-24. Falls ihr euch jetzt fragt, hä, was macht denn jetzt hier eine Moments-Karte? Ja, Freunde, da habt ihr wahrscheinlich das Video gestern nicht gesehen. Ich habe es euch da genauer vorgelesen. Die Trailblazer, da geht es eben um die Leistung der jeweiligen Trailblazer. Also passt hier auch eine Moments-SBC völlig rein. Denn ihr seht es ja hier, für die Gesamtleistung der Bundesliga-Saison 23-24 bekommt er hier diese SBC. Zwei Wochen da, schon mal wichtig, Punkt Nummer 1. Und dann haben wir Gürassie. Gehen wir aber auch hier erstmal rein in die SBCs, denn es sind zwar vier Segmente, aber auch hier wieder können wir einen Haken hinter machen, günstig. 81er Greatest Squad, ein Bundesligaspieler, 82er. Dann haben wir noch ein 82er, hier ein Team of the Week und hier ein 84er mit Team of the Week. Sprich, hier oben keine Team of the Weeks, aber hier unten zwei Team of the Weeks. Aber generell von den Ratings wieder sehr, sehr low. Ich muss sagen, ich bin extrem ein Fan von, weil, wenn ich überlege, so die ersten Wochen, zwei, drei Wochen, wo uns genau diese SBCs gefehlt haben, ich wusste nicht, was mache ich mit 80ern, was mache ich mit 81ern, was mache ich mit 82ern, was mache ich mit 83ern, ich wusste es nicht. Ja, wir hatten im Endeffekt nur die 84er-Greaten-Squads, ja, wo wir quasi dann 9 84er, 2 83er abgeben, aber das war's. Ja, und jetzt haben wir endlich mal für diese Low-Rated-Futter-Sachen, und ich kann mir vorstellen, dass speziell jetzt, wo die Liegen-SBCs diese Woche rausgekommen sind, halt viel, viel interessanter wird, diese SBCs zu haben, weil wir jetzt eigentlich SBCs haben, nicht nur Liegen-SBCs, sondern eben auch solche Spieler-SBCs, wo wir einfach unser Futter dann wegknallen können. Dann hoffen wir einfach noch auf die Player-Picks. Und apropos Liegen-SBCs, da kann ich euch schon mal auf morgen auf jeden Fall hintiesen, Freunde. Und morgen Mittag wird wieder ein Bronze-Pack-Methode-Video kommen, aber quasi verschmolzen mit dem Liegen-SBC-Grind. Ich erkläre euch generell, wie das eine mit dem anderen zusammenhängt und eben, wie ich es hier auf der Road to Glory grinde und crafte. Wir werden das auch öfter jetzt im Stream machen, kommt gern rum, ab 17 Uhr bin ich live bei Twitch immer. Link ist wie immer unten in der Videobeschreibung. Apropos Link in der Videobeschreibung. Auch dieses Mal findet ihr oben einen Link von meinem Partner Eneba. Wenn ihr nicht über diesen Link einmal bei Eneba einkauft, Freunde, dann bekommt ihr 9% Rabatt. Das Ganze funktioniert und zwar mit dem Code FIFAPSN. Wichtig ist, dass ihr über den Link in der Videobeschreibung bestellt, sonst funktioniert der Code nicht. Also auf jeden Fall den Link nutzen, FIFAPSN eingeben, 9% Rabatt euch sichern. Ihr könnt euch alles kaufen, was ihr wollt. Der Code funktioniert in Deutschland und auch in Österreich. Wenn ihr euch etwas holen wollt, in meinem Beispiel jetzt hier zum Beispiel eine PSN-Karte. Dann können wir jetzt zum Beispiel für 80 Euro PSN-Karte hier einfach nur 70 Euro kostet sie. Zack, können wir uns holen und wenn wir uns dann für diese entscheiden und dann eben auf kaufen gehen, dann kommen wir zur Kasse und dort können wir uns dann den Rabattcode einmal eingeben. Ja, Gutscheincode FIFAPSN dann eben eingeben und ihr seht es, wir bekommen nochmal Rabatt, nicht 69,01 Euro, sondern wir haben jetzt 62,80 Euro für die 80 Euro PSN-Karte ausgegeben. Wenn ihr also Bock habt, zum Beispiel PSN-Karten euch zu holen, Xbox Live-Karten etc. pp., dann nutzt gerne den Link in der Videobeschreibung und dann nutzt den Code für eure saftigen 9% Rabatt. Dankeschön für euren Support und damit weiter im Video. Ja, und dann schauen wir uns mal die Gerasi-Karte an. Wir gucken gleich bei FujiG uns mal das Upgrade an sich an zum Team of the Week. Vier Sterne, vier Sterne bringt er mit, was natürlich auf jeden Fall schon mal nice ist. Links brauche ich euch nichts zu sagen. Ihr seht es, ja, das sieht nach einem soliden Stürmer aus. Plus und Angel, oh, er hat drei, warte mal. Klar, Lupfer ist natürlich jetzt hier dabei, Power-Kopfball, Trivella und in der Luft. Also der ist eben auch nicht schlecht aus. Sechs-Plays als auch hier am Start. Stoßsturm-Profi-Plus-Plus kann ich auf jeden Fall berichten. Das ist mega nice, die Rolle. Anspielstation-Plus und Knipser-Plus. Das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Also ich finde auch hier wieder diesen Trade, was müssen wir abgeben, was bekommen wir zurück, auf jeden Fall nicht schlecht. Ich gucke mal gerade, ob direkt ein Preis jetzt am Start ist. Das ist einmal 20.000 Münzen für Sissoko. Ich glaube, da können wir gar nicht meckern. Und dann haben wir 50.000 Münzen für ein Gorasi. Auch das völlig legitim, Freunde. Also jetzt mal Realtalk, das sieht völlig in Ordnung aus. Also da kann man wirklich absolut nicht meckern. Also das zu den ESPCs machen wir den nächsten Step. Bevor wir gleich zu den dicken Evolutions kommen, natürlich zu den Zielen, Freunde. Und bei den Zielen, wie wir auch immer finden, passieren natürlich bei den Meilensteinen. Und auch hier finde ich wieder, ich habe schon damals diese Team-Grundlagen-Spieler-Auswahl teilweise immer gelobt. Muss ich aber heute auch wieder loben, Freunde. Muss ich heute wieder loben. Denn wir haben hier einmal Nonto, wenn er so ausgesprochen wird. Nonto? Nonto? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall Italiener. Perfekt. Nations Link, Frankreich, Italien. Und jetzt kommt es hier, Freunde. Wir haben hier auch noch Van Eyvik dabei. Holländer. Also, man kann wunderbar alles miteinander linken. Es ist traumhaft. Insofern die Auswahl der jeweiligen Spieler auf jeden Fall nicht schlecht. Drei Spieler bekommen wir wieder. Gruppenreward, wie gesagt, einmal hier von Leeds der Außenstürmer mit 99 Tempo. 75 Plus-Pack für vier Tore per Angerschnitt in Schuss. Zehn Tore als Ziel mit einem EFL-Championship-Spieler. Dann haben wir Spiele-Ziel-Partie mit zwei EFL-Spielern. Und Gewinne sechs mit zwei EFL-Spielern. 75 bei Dreier der Spieler. 75 bei Zweier. Also kleine, feine Packs wieder. Die Spieler zum Ergrinden und zu Craften. Und natürlich auch wieder hier 28 Tage Zeit. Also, keine schlechte Geschichte kann man machen. Muss man nicht. Je nachdem, wenn man Bock hat. Aber apropos Crichton, Freunde. Boah, da bin ich jetzt mal sehr, sehr gespannt. Was geben die Evolutions her? Wir gehen rein in die Evolutions und gucken uns das Ganze an. Also, was gibt uns die? Ich habe schon gesehen, eine ist Paid. Schnelle Flügelbeherrschung. Freunde, die muss neu sein. Die muss neu sein, oder? Ist sie neu? Also, ich lese mal gerade im Englischen. Rapid Wing Mastery haben wir. Und ich sehe gerade, Mamouche passt da schon rein. Oh, Playmaker Glow Up. Dann haben wir Gold Frenzy und Bag of Tricks. Oh, das ist aber der Paid Evo. Das ist die Paid Evo, von der ich eben geredet habe. Alright. Freunde, Evolutions sind back. Ich bin absolut überrascht. Ich bin absolut überrascht. Ihr hattet ja einen kleinen Fail da drin. Einen kleinen großen Fail, wenn wir es mal so einfach jetzt mal so ganz klar sagen. Ja, und ich habe tatsächlich gestern schon mit neuen Evolutions gerechnet. Das war nicht der Fall. Und jetzt heute an dem Samstag aber direkt an 4 zu kriegen. Das ist schon nach Hausnummer. So, was haben wir hier? Verbessere einen linken Flügelprofi mit Präzisions-Upgrades. Ist das denn das Neue? Das ist es, Freunde. Linker Flügel. Linker Flügel. Das ist das, wo Mamouche reinpasst. Das ist Wahnsinn. Präzisions-Upgrades, die einen Dominant-Einfluss aufs Spiel geben. Ja, perfekt. Maximal 84er Rating. Linker Flügel. Maximal 8 Play Sites. Und maximal 3. Oh, Rollen plus. Alright. Also, wir sehen hier ein paar Special-Karten, die hier schon am Stissel sind. Die Mamouche SPC muss hier noch machen. Und der ist natürlich auf jeden Fall eine potenzielle Option. Warum denn nicht? Auch hier wieder Team-Grundlagen passen rein. Wir haben hier ein paar Base-Karten. Und wir haben jetzt endlich auch hier die Möglichkeit, einen, den wir schon ge-evoet haben, zum Beispiel reinzuknallen. Mein Beispiel jetzt mal hier in Ferran Torres. Den hatten wir bei den Evo geknallt. Den könnten wir jetzt hier auf 85 hochziehen. Ja, gutes Beispiel. Was müssen wir denn machen? Spiele 3 Partien in Rush. Rush-Squad-Bettles. Aha. Gewinne 2 Rush-Squad-Bettles. 2 Bettles. Okay. Mhm. Okay, nur 2 Upgrades. Spezialbewegung plus 0 Ausdauer. Ah, okay. Maximal 4er ist da die Begrenzung in 89 Tempos. Hier die Begrenzung. Das heißt, je nach Begrenzung natürlich jeweils unterschiedliche Upgrades. Quasi wieder mit so einem Maxed Out. Hm, okay. I like. Also, da ist die Auswahl auf jeden Fall groß. Ich guck mal gerade. Habe schon eine Anzahl. Da sind wir bei 10.000. Oh, 10.000. Okay, das ist meine Hausnummer. Ich sehe gerade 18.000 bei Playmaker Glow Up. Gucken wir uns die mal an. Äh, Motorstärkung. Freunde, was haben wir denn hier? 14 Tage auch die da. Also, 2 Wochen natürlich beide da. Es ist Zeit für deinen ZM. Äh, für eine ZM-Stärkung. Verwandle einen ZM-Profi in einen talentierten Motor für dein Team. Heißt es da. Ähm, maximal 74er Rating. Das heißt, wir können hier eine wunderbare Silberkarte nehmen. ZM maximal 8 Playstyles. Und so weiter und so fort. Drei Upgrades haben wir auch hier. Spielepartie im beliebigen Modus. Beliebiger Modus im Level 1. Sehr nice. Dann Rush, Squad Battles und Rivals in dem zweiten Level. Und Level 3 haben wir Rush, Rivals und auch Squad Battles wieder. Ah, Live-Freundschaftsspiel bei dem oberen auch mit Spielen. Okay. Interessant. Interesting. Auch hier ein Big Upgrade, ne? Oh, da können wir mal gucken. Guck doch mal. Pro Begar, das Beispiel, wie ausgeglichen der ist. Oh, da haben wir hier ein bisschen Angst vor. Könnten wir da mal als Beispiel reinpacken. Bisschen was betenken. Machen wir hier als Beispiel mal dunker an. Zack. Also, 4 Star, 4 Star am Ende des Tages. Oh, da gibt es glaube ich auch ein paar gute Optionen. Sehr, sehr nice Geschichte. So, was haben wir dann, Freunde? Goal Frenzy Tour Festival. Level 84er Rating am Ende des Tages. Maximal 78er Rating. Maximal 85 Tempo. Mindestens 72 Schießen. Maximal 8 Playstyles. Und hier haben wir... Oh. Hä? Hole die Upgrades für alle Offensivwerte ein. Schwann, Fußboost, Powerschuss um einen starken Stubb. Das verarsche jetzt, oder? Spiele eine Partie, fertig. Spiele zwei Partien und gewinne eine Partie. Ebenfalls fertig. Level 3, gewinne zwei Partien und erziele fünf Tore. In einem beliebigen Modus. Sehe ich das gerade richtig? Freunde, EA will das doch verarschen, oder? Im positiven Sinne gerade. Was ist das denn? LOL. Graf. Freunde, lassen wir das jetzt mal von hier Mokoko gerade reinmachen. Wie schnell ist diese Evo bitte dann durch? Tour Festival. Oh, Freunde, da gucken wir uns auf jeden Fall gleich on detail die ganzen Möglichkeiten an. Und dann haben wir eine Paid Evo. Was ist das denn? 50.000 Münzen, 900 FC-Points, holt ihr zusätzliche Fähigkeiten, darunter Tricks, Technik und Innensturm. So viel verbesserte Werte. Ey, Freunde, was ist denn in EA gefahren? Also da, die Tage, wo wir jetzt keine Evo bekommen haben, wollen sie heute alles nachholen. Okay, 14 Tage, auch hier wieder Zeit. Position RM, maximal 84 Gesamtrelding, maximal 84 Tempo, maximal 86 Dribbling. Physis maximal 81. Mal gucken, was müssen wir da haben. Spiele drei Partien, Gewinne eine Partie, Spiele vier Partien, Gewinne zwei Partien. Okay, also hier ein bisschen mehr. Das ist so ein bisschen auch anders. Teilweise war es ja so, dass wenn wir eine Paid Evo hatten, sozusagen, dass wir dann quasi im Endefführungsstichen gar nichts mehr dafür machen mussten, außer einfach nur bezahlen. Und dann gar nicht mehr viel spielen. Aber hier müssen wir auf jeden Fall auch ein paar Games dann hinlegen. Gucken wir mal rein, wer reinpasst. Das ist insgesamt, ich gucke mal gerade schon mal nach einer Anzahl, 15.000 knapp, Freunde. Oh, in die Evo vorher, 25.000, crazy. Oh, ist, Amin ist ja mal. Gucken wir uns die Karte mal an. Pace bringt er auf jeden Fall mit, Schusspassspiel kann immer noch besser sein. Dribbling sieht okay aus, bis auf den Ruhe-Stat. Okay. Hmm. Maybe, ich meine, da wäre auch wieder der Barca-Link. Er kann rechts wie links spielen, hat RM eben drinne. Ist auf jeden Fall eine Option. Und dann haben wir hier Anes von Taliska-Melkin. Ich habe es euch gesagt, lasst ein Evo kommen mit brasilianischen. Und da haben wir auf jeden Fall auch eine Möglichkeit, die jetzt hier zu upgraden. Oh, Freunde, das ist jetzt die Qual der Wahl. Ulissee, Nabri, Bayern-Fans müssen sich hier auch was überlegen. Ganz ehrlich, sieht auch nicht schlecht aus, ne? Für 50.000 Münzen. Kann man auch nicht meckern. Boah, die Frage ist halt einfach nur, wen nimmst du, ne? Wen packst du rein? Also das ist wirklich, glaube ich, die Qual der Wahl bei der ganzen Geschichte. Also vier Evolutions, Freunde, die wir uns gleich auf jeden Fall nochmal on Detail anschauen. So, Freunde, bevor wir das machen mit den Evolutions, gucken wir nochmal kurz in den Shop hinein. Was haben wir denn da? Ist was Gutes? Ist was Schlechtes dabei? Wieder nur überteuerte Packs, die uns hier bei den Pro-Packs nicht interessieren. Vorrat. Preview-Packs nehmen wir kurz mit. Denk dran, Freunde, auch da kann mal was Gutes drin sein. Ja, die Wahrscheinlichkeit ist zwar nicht hoch, aber man weiß es nie. Einige schon in den Kommentaren von euch gelesen, was ihr da teilweise in den Preview-Packs gezogen habt. Das gehört teilweise echt verboten. Aber ich hatte auf jeden Fall gestern mal ein Packlack-Day. Also ich brauche auf jeden Fall für die nächsten Tage und Woche jetzt erstmal kein Packlack. Aber wir hätten natürlich nichts dagegen einzuwenden. Kein 10 Münzen-Pack, kein 30 Münzen-Pack oder sowas in die Richtung. Ich hätte es mir gewünscht, ist jetzt leider nicht der Fall. Und hier haben wir gerade darüber gesprochen. Ma-Musch. So, und dann nehme ich euch mal mit rüber. Und zwar zu Foot GG. Und ich habe witzigerweise jetzt gerade schon gesehen, Freunde, wir haben in Bezug auf die Evos tatsächlich auch einen Vergleich direkt mal von Foot Sheriff hier aufgestellt. Lamine Wolf Trickster, worth the 400.000 Münzen-Unterschied. Ist er es wert? Also ich finde es ein bisschen weird, den Vergleich. Also teilweise kann ich ihn natürlich verstehen, die Linkbarkeit etc. Gut, Brasilien, Spanien, beides Nationen, die top sind. Beide haben dann Pace. Schuss ist nah dran unterschiedlich, leicht unterschiedlich. Passspiel, leichter Unterschied. Dribbling beide auf 89. Aber halt Dev und Physis ist bei ja mal so tief unten. Deshalb finde ich den Vergleich schwierig. Auch wenn natürlich hier, wie gesagt, 400.000 Münzen zwischenliegen. Ich kann es teilweise verstehen. Lasst mich gerne mal eure Meinung dazu wissen. Ich habe es gerade gesehen. Ich dachte, ich frage euch mal, was eure Meinung ist zu dieser Frage. Ist er es wert? Ich meine klar, er kostet 50.000 Lamine ja mal. Und wenn dann noch eine weitere Revolution kommt, wo dann vielleicht auch ein Dev und Physis Upgrade kommt, dann wird es auf jeden Fall noch nicer. Rohestead habe ich eben schon bequatscht. Ist natürlich nicht so hoch. Und auf der anderen Seite haben wir Raffinia ja auch gestern als SBC bekommen. Und apropos SBCs, Freunde. Also hier Raffinia mit, ja, das ist preislich einfach Wahnsinn. Gerasi 50.000 Münzen Roundabout und 20k für Sisoko. Gucken wir uns die gerade mal an. Da interessiert mich bei Gerasi auf jeden Fall mal hier der Vergleich. So. Ah ja, genau. Das war es. Ich erinnere mich gerade, Freunde. Also die 4 Star 4 Star das Upgrade. Genau. Das ist wichtig und richtig. Dann haben wir Pace Upgrade. Waren wir gar nicht klar. Das ist ja, oh ja, tatsächlich, elementar, 10 Pace, wow. 10 Agility, fällt auch noch auf. Und der 1, plus 1, plus 2, Stamina, plus 5 ist noch der Unterschied. Und dann haben wir halt, wie gesagt, hier den Chipshot ja auch schon drauf. Playstyle Plus. Wir haben hier jetzt insgesamt mit Aerial 6. Und was hatten wir jetzt eben hier drauf? Ebenfalls die 6, Finesse Shot. Also, Freunde, hier die 4 Sterne, 4 Sterne, das Upgrade. Ganz ehrlich, für das Tempo, für den Tempo-Bus, für die Agility-Geschichte bei der Körpergröße, ich finde die SPC auf jeden Fall absolut gerechtfertigt. Und jetzt haben wir eben das, was ich meinte mit Sabitzer. Hier haben wir jetzt auf jeden Fall einen guten Link. BVB-Fans werden sich auf jeden Fall freuen. Gürassi jetzt nicht nur noch als Team-Ortumik am Start, sondern jetzt auch wirklich eine brauchbare Karte. Ich glaube, da können wir uns drauf einigen. Eine brauchbare Karte, eine brauchbare SPC. Insofern, ich finde auch, das Kartendesign passt zu dem Trikot. Oder umgekehrt, das Trikot, das Spielerbild, das dynamische Bild passt zum Kartendesign. Also, gefällt mir, sieht nice aus. Und ähnlich wie eben hier dieses Squad-Foundations-Ding, wo wir jetzt eben Sitsuko am Start haben. Ich weiß gar nicht, was die Base, 73 die Base von ihm dieses Jahr. Das ist crazy, Freunde. Und das finde ich, das muss ich sagen, ich habe es eben schon gelobt, die Auswahl der Spieler. Aber ich finde das immer nice. Also, ich bin da schon so ein bisschen Nostalgie-Fan. Aber das wäre jetzt einfach so eine nicht spielbare Sitsuko-Karte. Okay, wir haben jetzt nicht in die Evo gepackt, aber halt durch die günstige 20.000 Münze in der SPC, dass wir ihn jetzt quasi spielbar einfach zurückbekommen. Da kann doch keiner meckern. 56 Pace auf 81 hochgezogen, 13 Schießen-Boost, 12 Passen, 12 Dribbling, 12 Def, 7 Physis, 24 Agility, 22 Balance. Also, wo ist das Problem? Wo ist das Problem? Playstyle Plus haben wir am Start. Ich weiß gar nicht, die Base-Karte hat die auch schon. Drei Sterne, drei Sterne hat sie. Und ich meine, insofern können wir doch hier einfach nicht meckern. Playstyle Plus, Playstyle's Inner, generell als Upgrade da. Aber ich finde es eine Top-Geschichte. Also, beide SPCs für mich top. Und dann ist halt das Thema schlechthin heute einfach diese Evolution-Geschichte. Da komme ich gar nicht drüber. Vier neue Evolutions direkt am Start. Man ist so ein bisschen überfordert. So ein bisschen ist man überfordert. Jetzt zu überlegen, okay, wen packe ich rein? Warte ich vielleicht auch teilweise ein bisschen? Und so weiter und so fort. Fangen wir mit der Paid-Evo mal an. Denn hier... Ach, Freunde. Das will ich jetzt mal gucken mit den ganzen Möglichkeiten. Oh, wir haben den Team of the Week von MLC. Der auch reinpasst. Das ist natürlich mal eine andere Hausnummer. Also, wenn ihr den habt, den würde ich da reinpacken, Freunde. Den würde ich da absolut reinpacken. Frankreich-Link, Bayern-Link. Damit macht ihr absolut keinen, keinen. Aber wirklich keinen Fehler. Ein paar Team of the Weeks fassen rein. Aber ihr seht, es geht dann langsam Richtung 82er, 81er. Und dann sind wir schon bei der Schamal. Also, das ist auf jeden Fall interessant. Und dann würde ich einfach auf die Links schauen. Vielleicht Lieblingsvereins teilweise das abchecken. Aber ihr seht, dann geht es schon in die 79er, etc. pp. Also, da gucken wir uns gleich die Top-Player an. Aber Ulysses als Team of the Week auf jeden Fall sehr wild. Dann haben wir Goal Frenzy. Da haben wir dann 78er Max-Ratings. Und hier können wir natürlich dann uns auch wunderbare Karten machen. Ich bin immer großer Fan bei diesen Evolutions. Bis kurz bevor die ablaufen, mich dazu entscheiden, wen nehme ich jetzt? Brauche ich ihn überhaupt? Und so weiter und so fort. Aber solche Evos sind natürlich gerade für Leute, die an, keine Ahnung, Fan jetzt hier zum Beispiel, weiß ich nicht, auch wieder von Leads sind und weitere Leads-Karten machen wollen oder sowas in die Richtung. Dafür ist speziell, finde ich, Evos generell auch eine richtig geile Idee. Wen ihr dann da reinpackt, wen ihr reinpacken wollt, wen ihr habt, aus welchen Beweggründen auch immer, müsst ihr selber wissen. Wir haben jetzt hier diese Evolution, wie viele passen rein, was habe ich gesagt eben? Guck mal, fast 25.000, Freunde. Sie ist eine komplette Free Evolution. Wir haben uns die Boosts eben schon angeschaut. Für den Boost, ja, das war ja, glaube ich, auch die Evolution, die quasi geschenkt war mit den Möglichkeiten, was man machen musste. Nennt mir einen Grund, warum ich da nicht reingehen soll in die Evolution. Einfach, die Frage ist halt nur, wen willst du da auswählen? Aber grundsätzlich hat die A hier, einfach Wahnsinn, hat die A hier auf jeden Fall uns allen einen Gefallen getan. Dann haben wir Playmaker Glow Up für alle, die Silberspieler boosten wollen. Ich sehe da gerade schon als Option, wir haben es hier gesehen, Pavlovich. Auch nicht schlecht. Pavlovich als 85er Version. Gucken wir uns direkt mal an. Evolutions, Playmaker Glow Up. Hm. Ja, also das ist für mich jetzt so eine typische Evolution, wo ich sagen würde, okay, ja, der sieht dann schon mal nice aus, vom Dribbling her und so weiter und so fort. Aber ich hätte ihn gerne noch weiter, noch ausgeglichener. Und da müsste dann im weiteren Verlauf noch eine Evolution kommen. Silberspieler generell immer schwierig, sich da zu entscheiden. Aber auch da gucken wir uns gleich mal die Top-Kandidaten an. Keiner, der jetzt direkt hier auch ausragt. Klar, ihr könnt natürlich auch über die Links gehen. Wenn ihr Barca-Fan seid, nehmt ihr vielleicht nur Barca-Spieler und so weiter und so fort. Und dann haben wir Rapid Wing Mastery. Und da haben wir natürlich Mammusch direkt auf der Uhr. Und ich sehe gerade, Jamal passt auch wieder rein. Oh, aber einige Special-Karten. Oh, das gefällt mir. Sehr nice. Also ein paar hatten wir auch schon eben auf der Rotogromi angezeigt. Aber dann hier auch so Top-Player wie Coman Diaz, die es auf jeden Fall nötig hätten. Oh, Mammusch als Team of the Week auch. Also Freunde, ohne jetzt zu sehen, wer noch alles als Ding jetzt da ist. Aber die Mammusch-SBC hier reinpacken. Ich glaube, ich würde es machen. Ich glaube, ich würde es machen. Lamin Jamal hier auch 85er-Rating. Wir gucken uns jetzt mal die Top-Optionen an von den Evolutions. So Freunde, und da sind wir bei den Beliebtesten. Und da sind wir auch die, die wir quasi eben benannt haben. Ulisse, der Team of the Week. Lamin Jamal unter anderem Back of Tricks. Natürlich absolut crazy. Sissoko passt auch in Playmaker Glow Up. Wir haben eben drüber gequatscht, die SBC. Da sollten wir eigentlich mal fast in den Vergleich gehen. Compare mit der jetzigen SBC sozusagen. Ja, Freunde, ich sehe gerade, er hat ja überhaupt gar nicht das Tempo. Also der Vergleich lohnt sich dann nicht. Aber es ist auf jeden Fall witzig, dass er zeitgleich, wo die SBC kommt, definitiv reinpasst. Käser natürlich auf jeden Fall einer für Rapid Wing. Ebenfalls durch die Links Italien, Liverpool Link etc. pp. Also das auf jeden Fall nice. Dann haben wir eben als Beispiel auch schon bekommen, diese Probega-Geschichte. Freunde, wie all-rounded ist bitte diese Karte? Da komme ich ja gar nicht drauf klar und drüber weg. Also das ist ja absolut crazy. Forster, Forster als ZM, ZDM. Mit diesen Stats, Weplay Possession kommt dann auch dazwischen hier in dem Beispiel jetzt. Aber der alleine, wenn du den nur in die eine Geschichte reinpackst, ist ja auch schon crazy. Hier, in die Geschichte, Freunde, wo ihr den nur einmal reinpackt. Guckt euch das an. 94 Balance. Wie ausgeglichen ist der bitte? Was ist denn das für ein Cheatcode? Was ist da denn bitte los? Ja, das ist echt crazy. So, dann haben wir Bellingham, witzigerweise ja auch von der EFL-Geschichte. Können wir ja reinpacken, auch in die Trailblazer Turbo von der Evo von gestern. Ja, also EFL-Links beispielsweise, Bellingham, passt perfekt jetzt auch zu diesen EFL-Grundlagen, die gekommen sind. Dann sehe ich hier, Gürcheres, der soll ja auch noch kommen. Ebenfalls hier als Evo-Option verfügbar. Güler, Mann, oh Freunde, Rashford, Magic Knights, wisst ihr noch, wo die Geschichte rauskam? Crazy. Ja, also, Freunde, ich glaube, wir können einfach festhalten, Top Evolutions, da können wir jetzt bei der anfangen. Back of Tricks, wen wollt ihr da einsetzen? Wer ist euch die 50.000 Münzen wert? Auf der anderen Seite, Playmaker, Glow-Up. Welche Silberkarte nehmt ihr? Ach ja, apropos Nostalgie, Vidal hat das auch kein Tempo. Das ist halt bei den Nostalgie-Spielen immer das Problem. Und da ist man froh über so eine SPC. Nehmt ihr hier wieder einen von Barca, der sieht ja auch nicht schlecht aus, Pabotore. Dann geht es weiter mit Rapid Wing Mastery. Ganz ehrlich, ich glaube, ich nehme da wirklich die Mamusch-Geschichte, ne? Auch hier passt wieder Rashford theoretisch rein. Das ist echt crazy, Freunde. Und gestern Trailblazers Turbo. Habt ihr euch da schon entschieden, wen ihr reinpackt? Also, Freunde, heute ein bisschen längeres Video. Natürlich wieder wegen der Evolution. Weil, damit habe ich echt nicht gerechnet. Damit habe ich echt nicht gerechnet. Vier saftige neue Evolutions. Vor allen Dingen, was für welche? Hier drei davon, komplett for free. Die eine, okay, 50.000 Münzen. Aber auf jeden Fall auch definitiv wert. Lasst mich gerne eure Meinung wissen jetzt. Zu den beiden neuen SPCs. Gerasi, Sisoko. Zu den generellen Team-Grundlagen. Und natürlich, ganz, ganz wichtig, zu den Evolutions. Was ist eure Meinung? Top oder Flop? Wen wählt ihr rein? Wen packt ihr in die Evolution? Schreibt es in die Kommentare. Und dann könnt ihr jetzt gerne das heftige Pack-Lock-Video von gestern sehen. Mit der Icon und allem drum und dran. Viel Spaß dabei. Lasst auch da gerne Liebe da. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.